Hey, hey, hallo Leute, unterbilliger Leute, willkommen zurück, suralata, spalaya. Äh, Final Fantasy 13 für die Xbox 300. Ich denke mal, das könnte sogar schon der letzte Part in diesem Gebiet sein. Also im Auenwald von Sunlath, beziehungsweise aktuell ist es ja der Scherersee. Von Sunlath, wie auch immer. Ähm, ich gucke gleich mal, was die Karte sagt, wie das Gebiet heißt. Und dann nenne ich es so. Jetzt nenne ich es auch mal und glaube weiterhin erstmal den Scherersee. Uh, das tut jetzt tatsächlich ein bisschen wie. Nee, mach mich nicht, du, mach mich nicht, du. War mal noch mal Vitra, Vitra ist eigentlich immer gut. Vitra ist cool. Ne, im Ernst, Vitra ist wirklich ein ganz netter Zauber. Ich finde das cool, wie das hier geregelt ist. Also, dass Vitra dann so für alle ist. Weißt du, dass es so alle heilt. Ja, das mag ich. Das mag ich. Ich glaube, ich muss mich jetzt nicht noch mal heilen. Das sollte ich jetzt noch so schaffen. Ich will unbedingt mitzummen. Mit der Musik, weil ich die so toll finde. Aber nein, ich darf nicht, weil man das sonst versetzt hören würde. Ich glaube, ich will hier das Wetter noch mal ändern. Ich glaube, ich mache das mal eben hier. Damit ich einmal jede Wetterkugel angedrückt habe. Wenn das überhaupt schon die letzte ist. Ich denke mal, es ist noch nicht mal die letzte. Aber lang ist... Weit ist nicht mehr. Ist gar nicht mehr so groß das Gebiet. So, wie mache ich das jetzt am besten, dass ich das Wetter ändere, aber da dran vorbeikomme? Gucken wir mal. Ich gehe hier mal eben dran vorbei. Ändere das Wetter und gucke dann mal kurz, was hier dann für eine Gruppe steht. Also rechts neben mir steht ein Schuppenbeast. Das weiß ich. Und ein paar Gremlins. Aber was steht da, wo jetzt gerade die drei Gremlins standen? Nichts? Tatsache. Gut. Und da hinten ist ein Schuppenbeast. Aber das kann ich leicht umgehen. Leichter als die Weberngruppe. Okay, was haben wir da? Ach du Scheiße. Wie wäre es mit ein paar Puddings? Hä? Hoffentlich? Vielleicht ein bisschen? Solange die keine Thronen bewachen, möchte ich die jetzt gerade echt nicht machen. Das ist es mir jetzt gerade nicht wert. Ja, Puddings. Und noch mehr Puddings. und Gremlins. Und... Ach du Scheiße. Oh nein. Bitte, bitte nicht beide Gruppen zusammen. Danke. Ich wäre sonst jetzt echt im Arsch gewesen. Gut, ich mache die Gakimisera-Gruppe, aber die anderen mache ich glaube gleich auch noch. Ich kann mich nicht zurückhalten, die nicht zu machen. Weil ich will unbedingt so stark wie möglich sein, weil ich weiß, weil ich weiß, da kommt ein Bosskampf und der Bosskampf wird mich abfacken. Wenn ich verdammt nochmal nicht stark bin. Und that's why I wanna be as strong as possible. Well, that's not that easy, man. Ich habe ihn hier noch sehr. auf okay und jetzt tot dem über die musik das gut sein ich muss mir nicht mehr haben glaube ich ich glaube den scharier so ja danke 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 Prozent kümmere ich mich jetzt noch um die was schon mehr helfen wir doch zu viele ich lasse es gut sein hier war ein speicherpunkt ja da hinten ist das was ich erwartet habe also möchte ich ganz gerne mal kurz meine Kristallienpunkte komplett aufbrochen kurz mal gucken das habe ich wirklich fertig das habe ich jetzt auch fertig das habe ich auch wirklich fertig gut hier habe ich alles fertig das habe ich wirklich fertig hier ja das habe ich jetzt auch fertig und das hier habe ich auch ganz wirklich fertig fertig ja habe ich habe ich alles fertig dann speichern wir ich werde die waffen jetzt mal glaube ich noch nicht aufwerten ich glaube das muss nicht sein wir sind anwalt von san lath gefällt Felsfugen am führer sie gehen wir weiter alles ganz friedlich hier ha 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 G Minute jetzt wir arbeiten raten jetzt ich j ince in ich so Hallo. Plasma-Ball. Oh ja. Du machst mir erstmal kurz meine Energie runter. Ich glaub's auch. Ich zauber Medica auf mich. Einmal Medica auf mich. Einmal Medica auf dich. Und dann möchte ich dir ganz gerne erstmal kurz schwächen und uns stärken. Ich hab irgendwie Lust drauf. Funktioniert es? Nee, es funktioniert nicht. Wieso funktioniert es nicht? Okay, wie sieht's mit ihm aus? Ah, bei ihm funktioniert's. Enki und Enil oder so ähnlich. Okay. Scheiße, ich bin fast tot. Ah, Gegenstand, halt rein, geht schneller. Okay, wir fangen aber mit Enil an. Äh, En... Enlil. Okay. Oh, der ist sogar schon fast geschockt. Ich glaube, er ist gegen Feuerschwachen. Und gegen Blitzimmunen. Boah. Na toll, jetzt ist er im Schock weg. Äh, ich glaub, da muss ich tatsächlich mal zur Extermination wechseln. Ich weiß gar nicht, auf wen ich jetzt eigentlich zuerst gehen will. Aber ich weiß, dass ich, äh, mich kurz heilen möchte. Bitte. Danke. Mach du mal kurz weiter, während ich dir Medica draufzaumere, ja? Mach du einfach weiter. Ist er geschockt? Scheiße, er ist geschockt. Ich muss, ich muss dich kurz Medica heilen. Okay, scheiß auf Medica. Angriff. Solange er geschockt ist, möchte ich das ganz gern ausnutzen. Danke. Ah, gegen Feuer ist er natürlich normal. Die halten mehr aus, als ich erwartet hab. Vielleicht bin ich doch gar nicht so stark. Ich muss dich jetzt dringend heilen. Du machst einfach mal kurz weiter, ja? Danke, danke. Ich muss dich, ich muss dich heilen, weil du stirbst gleich noch. Okay, jetzt Medica. Das Kampflied ist so geil gerade. Was ist denn das? Ja, wie viel Schaden mach ich denn Enki? Genauso wenig, gut. Dann hab ich's doch ganz gern, wenn wir uns erstmal kurz um Enlil kümmern. Was weiß ich, was das für ein Name ist. Fuck, fuck, fuck. Getöse. Was ist das jetzt? Ne, das gefällt mir nicht. Ich heil den lieber mal. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich weiß es nicht. Ich kann grad nichts anderes machen, als mich zu heilen, verdammt nochmal. Und wer kommt jetzt überhaupt... Ach du Scheiße, was ist das denn? Äh, nicht gut. Gar nicht gut. Okay, wie mach ich diesen Kampf jetzt am besten? Ich hab da grad so ein bisschen meine Probleme. Wie, wie mach ich das? Nein, nicht auf ihn. Das ist nicht einfach gerade. Der Kampf ist verdammt schwer. Nein. Schwäche gegen Wasser. Gut. Gut, dass ich Wasserattacken habe. Und gut, dass er schon wieder so gut wie tot ist. Warum? Da, die fixieren ihn da grad auch. Das ist echt nicht cool. Ach, und... Aber ist besser, als wenn sie mich angreifen. Und der hat schon wieder seinen... Angriff Minus-Gedöns. Ich komm nicht zum Angreifen, weil ich ihn die ganze Zeit heilen muss. Das wird richtig wenig Punkte geben. Der ist schon wieder so gut wie tot. Und ich bin auch so gut wie tot. Was ist denn los? Ich komme nicht zum Angriffen. Ich muss ja ihm grad die Arbeit überlassen. Das Problem ist, er hat kein Wasser. Kannst du den mal für mich ablinken oder so? Das wär nett. Wär echt cool. Oh, Differ-Sequenz. Wenn alles an Wasser rauf. Das geht. Solange es noch geht. So, jetzt muss ich mich heilen. Mal wieder. Jetzt muss ich ihn heilen. Mal wieder. Jetzt muss ich sein Zeug wegmachen. Jetzt muss ich mich heilen. So, wenn wir können's. Heilung. Dringend. Ganz dringend. Äh. Heilfrank. Sass heilen. Ich kann grad nur heilen. Ich wünschte, ich könnte Sass spielen. Dann könnte ich sie einfach zur Heilerin machen und ich könnte schön angreifen. Aber ich kann ja grad nicht angreifen. Ich weiß, das ergibt grad eigentlich auch keinen Sinn. Dann könnte ich angreifen. Ist ja nichts anderes als das jetzt gerade. Ich wünschte, ich hätte, ich wünschte Sass hätte Heiler so. Dann könnte ich schön Ackma-Attacken machen, die ja auch gerade was bringen. Anders als seine Attacken. Und alles wird wunderschön. Nein, aber nein, aber nein. Nochmal. Ja, jetzt gehen sie beide auf mich, oder was? Ich glaub's auch. Du hast nur hier Augmentor, ich kann's nicht fassen. Nein, 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 nein. Das ist das Falsche, das ist das Falsche, das ist das Falsche. Ach, die Scheiße. Heilung. Okay, er wechselt wieder das Ziel. Ah, noch einmal mehr. Und ich hätte ihn geschockt. Ich hab ihn geschockt. Jetzt muss ich aber, glaube ich, kurz echt mal angreifen. Aber ich muss mich jetzt auch dringend heilen. Ich verbrate einen Heiltrank dafür. Geht schneller und dann stirbt Enlil jetzt. Ja, Enlil stirbt jetzt. Gut, dann können wir uns jetzt voll und ganz auf Enki konzentrieren. Ab jetzt soll... Ab jetzt... Ach. Ab jetzt sollte der Kampf eigentlich recht einfach werden. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Vielleicht hätte ich sogar erst Enki machen sollen. Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Immun gegen Wasser. Ich glaube, Enki... Ne, Enlil war, glaube ich, immun gegen Blitz. Dann ist der hier wahrscheinlich... Wahrscheinlich schwach gegen Blitz. Würde ich mal behaupten. Er ist tot. Also, Cess ist tot. Ich muss ne Fenix wieder verbraten, weil allein schaffe ich den Kampf nicht. Ist so. Okay. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ähm... Weiß ich jetzt schon, gegen was du schwach bist? Nein, weiß ich natürlich noch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Blitz ist. Weil es doppelt so viel Schaden macht. Auch gerade, das sieht man ja. Immer noch nicht. Ich will ihn aber auch gerade nicht analysieren. Das ist es mir gerade irgendwie auch nicht wert. So, danach werde ich kurz mal Cess heilen. Ja, Schwäche Blitz. Heilung. Oh Gott. Ach, nee. Ach, mein... Ich bin so ein kleiner Hurensum. Weißt du das? Also, ich mein Enki. Du meint ja einfach mal. Du machst dich einfach mal alle. Schön. Start das Ficker rauf. Und... Kein Problem. Was ist denn? Gezeiten, Triade? Was ist das? Ah. Okay. Hat jetzt nicht so sehr viel Schaden gemacht. Aber ich schocke ihn. Yeah. Und wenn ich jetzt schön mit dem Blitz und dem Schock und so... Na. Dann könnte das jetzt... Das macht gar nicht so viel Schaden gerade. Obwohl ich gerade im Prinzip... Na egal. Ist echt geil. Jetzt regelt das hier im Kampf. War das vorher auch schon so? Jetzt nicht mehr. Hm. Okay. Der Kampf besteht jetzt eigentlich gerade... Nur noch was. Angreifen, heilen, angreifen, heilen, angreifen, heilen. Wie vorher auch schon. Das ist eigentlich ein ganz normales Muster für einen Kampf. Verdammt. Da war ich jetzt ein bisschen doof. Moment, das war immun gegen... Warte. Ja, doch, ja. Alles richtig, alles richtig. Alles gut, alles gut. Sehr gut. Pss, 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 pss. Na, das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr, war? Oh, komm schon. Ja. Sehr gut. Haben wir nochmal geschockt. Kurz vorm Ende. Ich denke mal, er sollte so gut wie tot sein. Na. Es kommt mir vor, als würde ich hier, während er im Schock ist, gar nicht unbedingt mehr Schaden machen. Da steht zwar da irgendwie tausend, dies und das, bäh. Aber ich merke irgendwie gar nichts davon. Er nimmt genauso wenig... Er verliert genauso wenig wie, als wenn er ungeschockt ist. Irgendwie. Ich hab mir zumindest so... Ach, du Scheiße, oah. Ja. Eins, zwei, drei. Wechsel, Angriff. Und wie viel hat er noch? 3.300. Sollte jetzt wirklich nicht mehr lang anhalten. Der ist so gut wie Geschichte. Guck mal, wie wenig Energie er nur noch hat. Jetzt hat er nur noch 81. Und... Ende. Yeah. Naja, immerhin. Ein Stern. Fließring, Donnerkeilring. Crystariumarbeiter, das ist gut. Wahrscheinlich nur für die beiden, aber immerhin. Oh. Ah, das Kampflied war sehr lustig. Oh. Es geht mit denen weiter. Richtig, da hast du recht, Sass. Okay, mach das. Ich würde gerne speichern. Ähm, da hätte ich jetzt eigentlich gar nicht mal so ein großes Problem mit. Natürlich können die auch zurückgehen, aber pfff, zurückgehen. Also bitte! Wenn meine Konsole jetzt ausgeht, dann bin ich im Arsch. Dann müsste ich den Kampf nochmal machen. Das wäre fatal. Huch. Huch. Ist es das mit diesem Riesen... Ach nee, das war ein Fennfennz, die 10. Verdammt. Okay, hier ist der Sound kaputt. Hier komm ich durch. Hä? Hau die los hier. Oh. 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 Wenn es hier riecht, wird es riecht, und dann riecht ein bisschen mehr. Sass, möchtest du Pulse? Warum würde ich nicht? Schau mal diese Scheiße, die wir uns alle in. Natürlich, das nicht zu sagen, dass ich immer es liebte. Es war fischig. All das Sanktum riecht über die Gefahr von Pulse. Nur ein paar Stunden bevor sie zerstören. Pulse ist investiert mit Monster. Schreie nach Schreie. Nicht sogar eine Schreie von Proof. Schreie nach Schreie. Schreie nach Schreie. Schreie nach Schreie. Schreie nach Schreie. Nein, nein, nicht ich. Ich dachte, das Sanktum war etwas Schreie. Schreie nach... Schreie nach gut ab. Schreie nach. Nachdem ich das Sanktum war. Ja. Das wirklich nur passiert, weil Dodge das Pulse gefunden hat. Du bist falsch. Huh? Keine Ahnung. Es war alles... Ja, du bist richtig. Er war das Pulse von der Pulse. Ich hätte gerne versucht, zu stoppen die Pulse. Ich habe die Träume gefangen. Aber sie noch fallen. Du bist aufzogad. Ich werde gut sein. Es ist nur Wasser. Ladevorgang. Ja, ich möchte gern speichern. Ich möchte gern hier speichern. Ja. Und ich werde mir jetzt auch noch die nächste Sequenz machen. die Events anschauen. In diesem Part. Die machen wir noch eben. A fun. Oh, das sieht noch slow aus. Das ist Direktor Rorsch. Psycom Division. Kokoon ist in der Grip von einem Pulse-Born Terror. Wenn wir die Seed-Aktivität weitergehen können, Panik wird unsere Welt entfernt. Die Frieden und Stabilität, die wir so schwer zu halten haben, werden wir nichts mehr als eine Erinnerung. Die Gehirne sind sehr einfach der Meinung. Die Gehirne sind sehr wichtig. Sie müssen sich die Erinnerung. Da kann es nicht beim Gehirnen geben. Das ist alles. Wenn wir uns nicht verlieren, unsere Bürger werden die Kosten. Also doch nicht Snow und so. Es ist nicht nur Schnee, die ich nach. Die Sancten müssen auch bezahlen. Hey, du bist derjenige, die wir mussten kämpfen. Every minute wir uns verletzieren, wir empfiehieren den Todes. Es gibt irgendwelche Tunnel des Unternehmens nicht weit von hier. Ich habe sie gespielt, als ich ein Kind. Keine Ahnung, die Entrennung nicht mehr. So auch die Armee weiß es nicht. Aber ich weiß, wo es ist. Wir können in unter den Nosen. Sounds gut. Great. Here we go. Palum, Palum. Ja. Und das Lied erinnert mich so sehr an Final Fantasy 12. Huh. Nicht mehr Rivalry. Sykom hat das Guardian-Corp in gebracht. Okay. Es gibt eine alte Drainage-Piepe. Wir können es nutzen, um zu vermeiden zu sehen. Die Tunnel-Entrennung ist etwas weiter. was. Und dann... ... Äh... Kurz noch ein Paradigmen und Crystalienpunkte. Ach, gibt es noch gespeichert. Äh, Crystalienpunkte 3000. Muss ich kurz mal schauen. Ah, wurde doch bei allen erweitert, das ist schön. Äh, kurz mal gucken, was gibt's hier. Keine Rollenstufe, aber hier gibt es Beben, Das war's. Verheerer bei ihm. Ach ne, das ist auch bei ihr. Sturmangriff, Blitzra. Und Eis. Oh, was Neues. Heiler. Medica. Und... Eine Rollenstufe gibt's hier. Okay. Bei ihm gibt es... Beim Verheerer leider gar nichts. Beim Augmentor... Ex-Aqua, Ex-Blitz. Ich glaub, der ist echt schon ein guter Augmentor. Und beim Heiler gibt's bei... Er legt mir am Arsch. Und beim Heiler gibt's bei ihm... Ach komm schon. Vitra und Medica. Gut, dann entscheide ich aber erst im nächsten Part, was wir da so nehmen werden. Jetzt werde ich erst mal speichern. Und den Part beenden. Der ist jetzt schon ein bisschen länger. Voila. Wir sind in Palom Palom mit Lightning und... Hup! Ich wollt grad Sessel sagen. Wo wollt ich denn jetzt grad Sessel sagen? Versteig ich gar nicht. Naja, egal. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ne, bis dann. Und... Tschüss. Ja, ich weiß. Vielen Dank.